Mein Name ist Cheryl und zu Beginn des letzten Jahres habe ich zu viel feines Essen gegessen und 5 Kilogramm zugenommen. Jetzt bin ich 49 Jahre alt und versuche, vor den Feiertagen abzunehmen. Mein Plan ist, jetzt 5 Kilo zu verlieren, damit es kein großes Problem ist, wenn ich während der Feiertagssaison wieder zunehme. Richtig? Du musst dich wohl scherzen. Es gibt so viel leckeres Essen von Weihnachten bis Neujahr, das ist ein glückliches Problem. Ich werde mir wahrscheinlich auch Valentinstags Schokolade kaufen, ups, ich sabbere schon. Sieht so aus, als würde ich dieses Jahr wieder zunehmen. Oh, naja. Heute habe ich eine Wintergeschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Sie handelt von etwas, das passiert ist, als ich 28 Jahre alt war. Nach mehreren Jahren des Datings haben mein Freund Paul und ich uns verlobt und ich habe ihn meinen Eltern vorgestellt. Dies war die sogenannte Heiratsbegrüßung. Meine Eltern mochten Paul und alles sollte reibungslos verlaufen. Doch dann kam meine ältere Schwester Laura, die drei Jahre älter ist als ich, von der Arbeit nach Hause, und es gab ein Problem. Sie wurde auf Paul fixiert. Es ist seltsam, aber wenn ihr Schwestern seid, könnt ihr die Gefühle der anderen spüren. Ich konnte sofort merken, dass sie sich in Paul verliebt hatte, sobald sie ihn sah. Ich hoffte, es sei nur eine vorübergehende Schwärmerei, aber als sie ihm die Hand schüttelte, errötete sie und hielt zu lange fest. Selbst wenn sie mit ihm sprach, hatte sie diesen verträumten Blick in den Augen. Ich fand es nicht richtig, dass sie sich so gegenüber meinem Verlobten verhielt, aber vielleicht merkte sie nicht einmal, dass sie es tat. Emotionen sind schwer zu kontrollieren, also beschloss ich, so zu tun, als hätte ich es nicht bemerkt, in der Hoffnung, dass meine Schwester nicht auf ihre Gefühle reagieren würde. Nachdem Paul gegangen war, stellte mich meine Schwester frisch aus dem Bad und noch im Handtuch eingewickelt zur Rede. Du solltest die Verlobung auflösen, sagte sie. Ihrer Meinung nach war Paul ein Frauenheld und ich könnte jemanden Besseren finden. Sie kritisierte ihn ständig, hatte aber keinen wirklichen Grund dafür. Warum denkst du, dass er ein Spieler ist, fragte ich sie. Es ist eine Frauenintuition, antwortete sie. Das Problem ist, dass meine Schwester nie einen Freund hatte. Wie könnte ich ihrer Frauenintuition vertrauen, wenn sie keine Erfahrung mit Männern hat? Ich beschloss, Paul zu vertrauen, dessen Charakter ich seit Jahren kannte. Ich wischte den Rat meiner Schwester beiläufig beiseite und sagte, ja, ich werde vorsichtig sein, ohne es zu ernst zu nehmen. Danach begann Paul oft unser Zuhause zu besuchen. Er sagte, er wolle eine gute Beziehung zu meiner Familie aufbauen, also lud ich ihn ein, mich wohl zu fühlen. Meine Eltern waren glücklich und ich hoffte, Paul würde sich gut mit ihnen verstehen, da er mein zukünftiger Ehemann war. Doch obwohl alles reibungslos verlaufen sollte, hatte meine Schwester andere Pläne. Sie versuchte, Paul auf eine andere Weise näher zu kommen. Laut Paul, wenn ich nicht da war, würde sie seinen Arm packen, ihre Brust an ihn drücken und fragen, findest du Marouane nicht ein wenig unreif? Sie bat sogar um seine Kontaktdaten und fiel einmal absichtlich so hin, dass ihre Unterwäsche sichtbar wurde. Paul meinte, es sei so übertrieben, dass es eigentlich lustig sei, aber ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn er der Artmann wäre, dies ernst zu nehmen. Meine Schwester glaubte, sie hätte eine Chance, weil Paul sie nicht direkt ablehnen konnte, da sie meine Schwester war. Jedes Mal, wenn sie sich trafen, näherte sie sich ihm mit sanfter Stimme und sagte, he. Alles begann damit, dass sie sich auf den ersten Blick verliebte, aber es half nicht, dass Paul für ein großes Unternehmen arbeitete, was ihn für sie noch attraktiver machte. Sie sagte mir, er ist zuverlässig, hat ein Gesicht, das mir gefällt, und scheint die Art von Mann zu sein, der Sicherheit für die Zukunft bieten kann, sie war völlig von ihm eingenommen. Meine Eltern sahen all dies geschehen, sagten aber nichts. Tatsächlich war es für sie nicht ungewöhnlich, still zu bleiben, wenn es um die Handlungen meiner Schwester ging. Ehrlich gesagt, sie war immer der Typ, der mit Dingen kämpfte. Zum Beispiel, wenn sie gebeten wurde, Essen aufzuwärmen, benutzte sie versehentlich ein Plastikgeschirr, das nicht hitzebeständig war, und es schmolz. Sie war auch nicht gut im Lernen oder im Sport, übersprang oft den Schwimmunterricht mit Ausreden wie Fußschmerzen, Unwohlsein oder Hautproblemen. Sie war weder in der Schule, im Sport noch bei den Hausarbeiten besonders gut und um ehrlich zu sein, sie war auch nicht besonders hübsch. Trotzdem behandelten meine Eltern sie immer anders, da sie die älteste Tochter war, und gaben ihr besondere Behandlung. Sie schoben sogar heimlich die Verantwortung, sie zu unterstützen, auf mich. Ich wurde ständig aufgefordert, sicherzustellen, dass sie hervorsticht, aber ohne Aufmerksamkeit auf mich selbst zu ziehen. Es fühlte sich unfair an, so unterschiedlich behandelt zu werden als Geschwister, aber ich schätze, meine Eltern sahen sie als jemanden, der nicht viel alleine machen konnte, und hatten Mitleid mit ihr. Andererseits war ich immer der Typ, der Dinge schnell und effizient erledigte. Vielleicht sahen die Erwachsenen keinen großen Wert darin, jemandem zu helfen, der alles selbst bewältigen konnte, also wurde ich gut darin, die Bedürfnisse meiner Schwester zu managen. Wenn ich weiter allem zugestimmt hätte, wäre ich jemand geworden, der nichts alleine machen konnte. Als ich anfing, für mich selbst einzustehen, mochte meine Schwester das nicht sehr, weil sie meine Unterstützung verlor, aber wir hatten nie wirklich eine schlechte Beziehung. Wir konnten immer noch normal miteinander reden und manchmal gab ich ihr sogar Ratschläge, wenn sie Probleme hatte. Unsere Familie hatte ihre eigenen Probleme, wie die übermäßige Schutzbedürftigkeit meiner Schwester und ein wenig Spannung zwischen uns, aber ich dachte immer noch, wir seien eine ziemlich normale Familie. Doch die Dinge änderten sich, als Paul die Gefühle meiner Schwester nicht erwiderte. Sie konnte nicht damit umgehen, dass ihre jüngere Schwester vor ihr heiratete. Die Nacht vor meiner Hochzeit platzte meine Schwester unseren Eltern heraus, ich kann nicht akzeptieren, dass meine jüngere Schwester vor mir heiratet, mein Vater versuchte, sie zu beruhigen und sagte, mach dir keine Sorgen, Laura, du wirst auch bald einen guten Partner finden, ich stimmte ihm zu, ja, Laura, es ist kein großes Ding, aber sie wollte das nicht hören. Normalerweise heiratet die ältere Schwester zuerst, dann die jüngere. Es ist zu früh für sie. Die Hochzeit ist morgen. Ich erinnerte sie, wovon redest du, Mama? Kümmert es dich nicht? Ich werde die arme ältere Schwester sein, die zurückbleibt, während ihre jüngere Schwester weiterzieht, sie weinte in dieser Nacht. Ich hörte still aus dem Flur zu, wie meine Schwester und unsere Eltern stritten. Sollte meine Schwester wirklich zuerst heiraten? Wenn ich darauf gewartet hätte, dass sie heiratet, wäre ich viel älter geworden, ohne Fortschritte in meinem eigenen Leben. Was dachte sie sich? Ich hoffte, sie würde sich nach dem Ausflassen ihrer Frustrationen beruhigen. Dann hörte ich etwas Schockierendes, wir werden morgen nicht an der Hochzeit teilnehmen, Laura. Bitte sei damit einverstanden, mein Vater sagte, was, beide meiner Eltern stimmten zu, nicht zu meiner Hochzeit zu kommen, nur um meine Schwester glücklich zu machen. Ich konnte es nicht glauben. Es war, als ob sie unter einem Bann standen und alles taten, was sie wollte. Das ging weit über bloßes Nachgeben hinaus. Selbst dann war die Seite meiner Schwester immer noch nicht vollständig zufrieden. Okay, ich werde einen Kompromiss eingehen und ihr eine Hochzeit erlauben, die niemand anerkennt, war klar, dass sie mich nicht mit Paul heiraten wollte, wahrscheinlich weil sie Gefühle für ihn hatte. Es war unglaublich, dass meine Eltern nicht zu meiner Hochzeit kommen würden wegen der Eifersucht meiner Schwester. Der Tag meiner Hochzeit kam, aber ich konnte kaum schlafen in der Nacht zuvor. Statt Aufregung fühlte ich mich ängstlich und unwohl und dachte ständig darüber nach, was passiert war. Ich werde das zufriedene Lächeln auf dem Gesicht meiner Schwester nie vergessen, als meine Eltern ihr sagten, dass sie nicht am Veranstaltungsort sein würden. Ich musste Paul und seinen Eltern erklären, warum meine nicht kommen würden. Ich entschuldigte mich und sagte, dass meine Schwester diese Ehe nicht unterstützt, also würde meine Familie nicht teilnehmen. Ich erklärte, dass es herzzerreißend sei zu sagen, dass meine eigenen Eltern nicht zu meiner Hochzeit kommen würden. Meine Schwiegereltern waren schockiert und konnten nicht glauben, dass es Eltern gab, die nicht zum großen Tag ihrer Tochter kommen würden. Nachdem sie meine Geschichte gehört hatten, blieben sie eine Weile still. Die Stimmung war so schwer, aber dann nahm meine Schwiegermutter sanft meine Hand und mein Schwiegervater legte seine Hand auf unsere, denkt daran, eure Familie ist hier bei euch. Lasst diesen Tag nicht traurig sein. Komm schon, warum lächelst du nicht, meine Schwiegermutter sagte warmherzig. Ihre Worte ließen mich tränen. Paul, der mich weinen sah, streichelte sanft meinen Kopf und sagte, Ashley, ich bin jetzt dein Ehemann, also hör bitte auf zu sagen, dass deine Familie nicht da ist. Meine Schwiegereltern und Paul versuchten schnell, mich aufzumuntern, indem sie scherzten und sagten, ich solle nicht weinen, weil mein Make-up verschmieren würde. Dann schaute meine Schwiegermutter mich mit Freundlichkeit an und sagte, Ashley, ich weiß, dass die Dinge mit deiner Familie zu Hause schwer sind, aber das ist der Beginn eines neuen Lebens. Lass uns deine eigene Familie zusammen aufbauen, obwohl ich mich verlassen fühlte, gaben mir ihre Worte und ihre starke Umarmung Trost. Paul und mein Schwiegervater schlossen sich mit Umarmungen an und ich sagte mir, dass alles in Ordnung sein würde. So wie meine Schwiegermutter sagte, war dies ein neuer Anfang. Ich versprach mir, dass ich meine eigene glückliche Familie aufbauen würde. An diesem Tag heiratete ich offiziell Paul. 18 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. In dieser Zeit haben Paul und ich eine Tochter und drei Söhne. Unsere Tochter ist fähig und kümmert sich um ihre drei schelmischen Brüder, die manchmal das Haus auf den Kopf stellen. Ich überrasche sogar mich selbst, wie oft ich letztendlich schreie, hör jetzt auf. Pauls Karriere läuft gut. Wir haben ein Haus gekauft und leben ein stabiles Leben. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Mein Vater, meine Mutter und meine Schwester tauchten nach der Hochzeit bei uns auf. Ich hatte mich von ihnen ferngehalten und ihnen noch nicht unsere neue Adresse gegeben. Irgendwie fanden sie uns und kamen unangekündigt. Als sie auftauchten, anstatt eines warmen, lange nicht gesehen, waren die ersten Worte aus meinem Mund. Und, was wollt ihr, meine Schwester sagte, ich brauche einen Gefallen von euch. Meine Eltern fügten hinzu, es ist etwas, das nur du für uns tun kannst. Sie sahen mich mit ernstem Gesichtsausdruck an. Ich hatte keine Ahnung, was sie wollen könnten. Nach 18 Jahren des Schweigens war ich halb neugierig und halb verängstigt, was vor sich ging. Ich schwieg, als meine Mutter zu sprechen begann, wir möchten, dass du Paul deiner Schwester gibst, sowohl Paul als auch ich waren von ihren Worten überwältigt. Warte eine Minute, was meinst du damit? Ich muss Paul weggeben, fragte ich scharf. Meine Eltern sahen beide schuldbewusst weg, während meine Schwester selbstzufrieden und stolz dastand. Sie ist immer noch Single und wird dieses Jahr 45, das ist ein Problem, sagte mein Vater. Seine Worte ergaben für mich keinen Sinn und Paul sah genauso verwirrt aus. Tatsächlich fuhr mein Vater fort, die Firma, für die sie kürzlich gearbeitet hat, ging pleite und sie ist jetzt arbeitslos. Es ist hart. Wir machen uns Sorgen um ihre Zukunft, wenn sie Single bleibt und ohne Job. Wir hoffen, du verstehst das, da ihr Schwestern seid, solltet ihr dasselbe empfinden, in meinem Kopf dachte ich, nein, das tue ich definitiv nicht, aber ich schwieg und wartete, was sie als nächstes sagen würden. Ich wurde frustriert über das langsame Sprechen meines Vaters, hielt mich aber zurück, etwas zu sagen, da ich gespannt war, seinen Punkt zu hören. Sie hat Paul immer gemocht und ist immer noch allein wegen ihm. Du hattest deine Zeit mit ihm, könntest du ihr erlauben, ihn für den Rest ihres Lebens zu haben, Paul und ich waren sprachlos. Meine Eltern flehten weiter, bitte, während meine Schwester selbstbewusst dastand, überzeugt davon, dass sie bekommen würde, was sie wollte, da meine Eltern sich immer um sie gekümmert hatten, machte es Sinn, dass sie dies glaubte. Aber die Bitte war empörend. Während ich meinen Kopf in meine Hände legte, zog mich Paul beiseite und flüsterte, das könnte tatsächlich eine Chance sein, eine Chance? Was meinst du, fragte ich. Erinnerst du dich an den Witz, den du gemacht hast, als du betrunken warst? Es ist, als würde er wahr werden, sagte er mit einem kleinen Grinsen. Dann sollen wir damit weitermachen, fragte ich. Wir standen auf und drehten uns um, um meine Schwester und Eltern anzusehen. Liebst du Paul wirklich so sehr, fragte ich meine Schwester. Sie war überrascht und wiederholte, ja, ja, ich habe ihn die ganze Zeit geliebt, wow, das ist echte Liebe, sagte ich. Du bist seit 18 Jahren in ihn verliebt, obwohl er mit mir verheiratet ist, ja, sagte sie, es war so schmerzhaft, euch beide zusammenzusehen. Es hätte ich sein sollen, Paul und ich konnten unser Lachen kaum zurückhalten angesichts ihres ernsten Tons. Ich atmete tief ein und sagte, alles klar, ich gebe auf. Wenn du ihn so sehr liebst, trete ich zurück, meine Eltern waren schockiert. Meine Mutter fragte schnell, wirklich? Liebst du Paul auch nicht? Nein, eigentlich nicht, sagte ich und sah zu Paul. Um ehrlich zu sein, mochte ich Laura schon immer, Paul spielte mit, wandte sich meiner Schwester zu und sagte, ja, ich habe sie auch immer gemocht, das Gesicht meiner Schwester erhellte sich vor Freude. Wirklich? fragte sie, ihr Gesicht errötete vor Aufregung. Ich wusste es, du hast nie widerstanden, als ich dich umarmte, und deine Augen sahen immer so liebevoll aus, sagte meine Schwester aufgeregt. Ich habe auf diesen Moment gewartet und endlich ist er da, ich musste mein Lachen zurückhalten und sah, wie Paul so tat, als würde er weinen, obwohl seine Schultern vom Versuch, nicht zu lachen, zitterten. Wir müssen das nur noch ein wenig länger aufrechterhalten. Wir werden ab jetzt immer zusammen sein, Paul, sagte meine Schwester plötzlich, als ob sie die ganze Zeit ein Paar gewesen wären. Sie war so lässig dabei, als ob sie die letzten 18 Jahre in dieser Fantasie gelebt hätte. Laura, ich bin glücklich, antwortete Paul mit einem Lächeln. Bitte sei von jetzt an meine Unterstützung, ja, absolut, sagte sie begeistert. Also werde ich meinen Job kündigen, kündigte Paul grinsend an. Das Lächeln meiner Schwester verschwand sofort und ihr Gesicht verwandelte sich in Schock. Wirklich? Ja, ich will die ganze Zeit bei dir sein, Laura. Also kündige ich meinen Job, um immer an deiner Seite zu bleiben, stammelte sie deutlich überrascht. Ich gehe nicht einmal mehr nach draußen, fuhr Paul fröhlich fort. Ich werde dir überall folgen, ich werde sogar zuschauen, wie du Hausarbeiten machst, von hinten. Meine Schwester erstarrte für einen Moment, ihre Panik setzte ein, während unsere Eltern sichtbar gestört aussahen. Aber ich arbeite auch nicht, sagte sie und murmelte, das ist ein Problem, was ist das Problem? Wenn wir zusammen sind, haben wir nichts zu fürchten. Wir brauchen kein Geld, um glücklich zu sein, antwortete Paul. Aber heutzutage müssen wir für Dinge wie Versicherungen bezahlen. Es ist nicht wie früher, wir können nicht einfach nur von der Liebe leben, argumentierte sie, ihre Augen begannen den Fokus zu verlieren. Als der Moment richtig war, sprang ich ein, Paul, wenn wir uns scheiden lassen, werde ich einen großen Teil der Vermögenswerte nehmen, also solltest du besser zahlen, mach dir keine Sorgen, sagte Paul lachend. Deine Schwester, deine Schwester und Eltern werden sich um alles kümmern, als sie das hörten, wurden meine Eltern blass und tauschten besorgte Blicke aus. Laura, das ist schwer zuzugeben, aber das ist nicht richtig. Den Ehemann deiner Schwester zu stehlen, ist falsch. Genau, fügte meine Mutter hinzu und wich plötzlich von dem Plan zurück, als ob die ganze Leidenschaft und Unterstützung für meine Schwester in einem Moment verschwunden wäre. Wovon redest du? Du hast Paul mir versprochen, schrie Laura ihre Frustration wachsend heraus, bevor mein Vater anfangen konnte. Aber sie unterbrach ihn, ich will das nicht hören. Niemand unterstützt mich, Laura schrie und in ihrer Raserei packte sie das Haar meiner Mutter. Mein Vater versuchte, sie zu beruhigen, aber es war Chaos. Mitten in all dem sprach Paul ruhig, Laura, ehrlich gesagt, du bist nicht mein Typ. Ich respektiere dich als As-Heis-Schwester, aber das ist alles, alle fielen still, ihre Aufmerksamkeit jetzt auf ihn gerichtet. Ich möchte nicht wirklich viel mit dir interagieren, besonders wenn du mich so ansiehst, sagte Paul. Dieser Blick schreckt mich wirklich ab. Zu wissen, dass jemand unerwiderte Gefühle für mich hat, ist wirklich unangenehm, seine ehrlichen Worte ließen meine Schwester und Eltern sprachlos zurück, aber Paul. Was war das alles vorher? fragte meine Schwester verwirrt. Hör auf, so lässig mit dem Ehemann einer anderen Frau umzugehen, sagte ich fest. Es gibt keine Möglichkeit, dass er sich in dich verlieben könnte. Wir haben eine Familie und sind glücklich, als ich das sagte, stoppte ich meine Schwester, die mit blassem Gesicht auf Paul zuging. Du hast mich getäuscht, schrie sie. Wie konntest du denken, dass jemand, der dich seit 18 Jahren nicht kontaktiert hat, dich immer noch liebt? Ist das nicht etwas unrealistisch? fragte ich. Das Gesicht meiner Schwester wurde rot und sie begann, vor Frustration Tränen zu vergießen. Wenn du wirklich attraktiv wärst, vielleicht wäre es anders, aber niemand findet Charme in jemandem, der arbeitslos ist, von seinen Eltern abhängig ist und keine grundlegenden Dinge tun kann, weil ihre Mutter sie immer erledigt hat. In deinem Alter würde eine Ehe mit diesen Eigenschaften nicht lange halten, sagte ich klar. Paul lachte leise hinter mir. Meine Schwester, getroffen von der Wahrheit meiner Worte, begann laut zu weinen. Sie konnte nicht aufhören. Unsere Eltern versuchten, zu ihr zu kommen, aber sie sahen verwirrt aus, als ob sie erkannten, dass das, was ich sagte, wahr war. Ich gebe Paul nicht an dich, fuhr ich fort. Also gib ihn bitte auf, Laura, sie weinte noch lauter, wie ein Kind, das einen Wutanfall hat. Es war ein trauriger Anblick für eine Erwachsene und es war klar, dass sie nicht gereift war. Nimm das als Lektion und mische dich bitte nicht mehr in unser Leben ein, sagte ich. Egal, welche Schwierigkeiten du in der Zukunft hast, erwarte keine Hilfe von uns, damit schloss ich langsam die Haustür. Als meine Kinder fragten, was passiert sei, sagte ich einfach, es ist Halloween-Saison und es scheint, als wäre ein Geist früh gekommen. Mein Ältester schlug vor, den Geist auszutreiben, aber ich stoppte die Idee, obwohl es sich tatsächlich so anfühlte, als würde ein Geist draußen weinen, während meine Schwester weiter weinte. Sechs Jahre sind vergangen und sie ist immer noch Single. Sie hat einen Job gefunden, wurde aber wegen unangemessenen Verhaltens entlassen und verursachte Ärger, indem sie in eine Ehe hineingestürzt ist, die nicht funktionierte. Jetzt ist sie von Partnervermittlungsveranstaltungen ausgeschlossen und scheint wahrscheinlich für immer Single zu bleiben. Meine Eltern, obwohl sie müde sind, arbeiten immer noch Teilzeitjobs, um Geld für sie zu sparen. Sie haben wahrscheinlich erkannt, dass sie sich in Zukunft nicht auf sie verlassen können. Hoffentlich verstehen sie jetzt die Konsequenzen, die daraus entstanden sind, sie all die Jahre zu verwöhnen. Ich verbringe meine Tage als Hausfrau, ohne mir Sorgen um Schulgeld für meine Kinder machen zu müssen, dank meiner klugen Kinder und meines Mannes, der einen stabilen Job hat. Manchmal frage ich mich, ob es mir helfen würde, außerhalb des Hauses zu arbeiten, um die zusätzlichen Kalorien loszuwerden, die ich während der Feiertagssaison durch zu viel Essen zugenommen habe. Meine Tochter, die bereits schlank ist, tritt in ihre Wachstumsphase ein und spricht darüber, abnehmen zu wollen. Ich versuche, sie davon abzubringen, du kannst über Diäten nachdenken, wenn du älter bist, wie ich, ich sage ihr, meine drei Söhne lieben das Tanzen und haben kürzlich ihre Fähigkeiten bei einer lokalen Veranstaltung gezeigt, bei der sie mehrere Auszeichnungen gewonnen haben. Sie sagen stolz, wir werden eines Tages bei Pearl Jam sein, also hoffe ich wirklich, dass Pearl Jam zusammenbleibt, bis sie erwachsen sind. Wir bekommen regelmäßig Besuche von meinen Schwiegereltern, die mir genauso lieb sind wie meine eigenen Eltern. Wir genießen immer zusammen köstliche Mahlzeiten. Wenn die Kinder ihre Frühlingsferien haben, planen wir einen Ausflug in ein Spa und ich freue mich darauf, qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Obwohl es vor der Ehe viele Herausforderungen gab, ist mein Leben seitdem mit Glück erfüllt. Die Bindungen innerhalb unserer Familie sind stärker geworden und ich bin dankbar für die Liebe, die wir teilen. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und lange leben, damit wir weiterhin kostbare Erinnerungen zusammen als Familie schaffen können.